So, hier ist wieder Leon von LGameJ, ich habe gerade meinen Part beendet, ich habe hier noch nicht nachgearbeitet und habe einfach mal Lust noch einen zu machen. Wir sind hier gerade an derselben Stelle wie vorhin oder wie, keine Ahnung, wie wir es gerade hatten, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf und wo ich wahrscheinlich ein paar Speeds reingemacht habe in der Nachbearbeitung, weil es sonst so lang geworden wäre und weil das Spiel ist wirklich sehr, sehr, sehr Schneckentempo, man sieht die Zombies, die sind viel zu langsam. Deshalb wird das Spiel auch erst interessant, wenn irgendwie eine Wave kommt oder nach ein paar Leveln erst, dann macht das ein bisschen mehr Spaß. Ich gebe mir jetzt auch Mühe, dass das ein bisschen was wird, wir haben 47, das heißt, ich lade jetzt wahrscheinlich schon wieder eine Minute oder so. Ich muss rechnen, 57, also muss ich um 16 Uhr aufhören, okay. Ja, Mathe, Mathe, wenn man das könnte. Ah, ich erkläre gleich, was mit diesen coolen Chompern, Chompern, wie auch immer, passiert. Das sind fleischfressende Pflanzen und die fressen Zombies im Ganzen, egal welche Zombies, ob die in Helm aufhören oder nicht oder wie auch immer. Scheißegal, die fressen alles. Das kann ich mal kurz demonstrieren, zumindest wenn ich hier mal langsam Kohle habe. Jawohl. Und das Zombie kommt und kommt und läuft und läuft und immer schneller und HAP. Ich hoffe, dass der Ton synchron ist, dann kommt das HAP nicht zu früh oder zu spät. Ich brauche ich das mal da hin, dann kommt jetzt ein Zombie. Achso, während die gerade fressen, die brauchen ein bisschen, bis ich die Zombies verschlungere, da guckt noch eine andere aus, cool. Ähm, während die fressen, äh, können die selber noch gefressen werden, das heißt, die Zombies fressen dann die Pflanze mit dem Zombie gerade drinnen. Aber wenn, äh, wenn dir der Mund von diesen Viechern leer ist gerade, dann ist ja logisch, dann können die wieder zupacken und fressen. Jedes Zombie weg, einfach so. Weil die keine anderen Hobbys haben. Ist eigentlich so ein bisschen wie ich. Jetzt schluckt der und jetzt ist es weg. Das ist cool. Das ist sehr cool. Jetzt brauche ich mir da noch eins hin. Okay, aha. Kloin, Kloin. Kloin, Kloin. So, ich, ich möchte mir noch mehr von diesen Fleischfressen und Viechern bauen, weil die Witzig sind. Wo es sich, äh, ja, stimmt, hier haben wir ja gerade einen Helm-Zombie und der wird jetzt auch gefressen, weil meine Pflanze so cool ist. So. Oh, scheiße, warum brauche ich eigentlich sowas bräuchte gar nicht. Äh, naja. Brauche ich mal so eins. Brauche ich auch nicht. So sind es jetzt nicht. Ich hoffe, das bewirkt, was und das Zombie frisst nicht wieder meine Minen auf. Finde ich sehr interessant. Ich finde es scheiße. Komm schon, Wachs raus, los. Wachs, ja. Oh nein. Ha. Das Zombie hat sich nicht überlebt. Wie doof. Dumm erlaufen, ne? Der wird jetzt auch gefressen. Einfach so. Äh, ja, hier, zweite Reihe, würde ich mal so sagen. Jo. Dumm, dumm, dumm. Ich glaube, diesen Part mache ich keine Speeds rein, weil das wäre doof. Und dann könntet ihr auch gleich einfach, äh, Speed Gaming in, äh, Plans versus Zombies eingeben oder so. Ich weiß, ich habe sowas gibt auf YouTube schon. Das wäre ein bisschen langweilig, wenn man mich hier in Höchstzeit klicken sieht und mich wahrscheinlich nicht mal hört, wie ich was rede. Oh, oh, das war ein kurzes Level hier. Schon Zombie. Welle hier. Wow. Die Welle. Übrigens ein guter Film. Glaube ich. Ne, weiß ich. Oh, ich habe ja eine solche Angst. Stirbt. Pau, die. Bup. Wechseln sie. Aber kommt endlich mal mein Nachbarn, erzählt mir, dass ich... Wetten, das ist der letzte, der verliert dann Geldstück. Ah, doch nicht. Ah, dass die 200er, äh, Pumkan-Fiech-Dings-Bombs-Pflanze, die schießt immer zwei, äh, Peace auf einmal. Das heißt, äh, wenn man 200 Sonnen hat, Sonnengeld, dann kann man Doppelschuss haben. Und das ist halt ganz interessant. Aber auch nur, wenn man das wirklich braucht. Ich brauche es jetzt momentan nicht. Ich mag lieber das und das. Und das und das. Später, wenn ihr Geld habt, könnt ihr euch dann auch noch mehr Slots kaufen. Das ist dann ganz lustig. Die werden von jedem Slot, den man kauft, wird das richtig teuer. Der erste Slot kostet, glaube ich, 1000 oder so. Der zweite 2000. Der dritte, keine Ahnung, also beim zehnten braucht man, glaube ich, eine Million oder so. Kumpel hat es mal durchgezockt, da war das ungefähr so. Und das dauert dann schon ein bisschen länger, bis man das zusammen hat, das gilt. Und ja. Und er wird sterben. Ich bin Hellseher. Ungefähr hier wird er sterben. Weil der dumm ist. Tut mir leid, dass ich an Halloween kein Part hochgeladen habe. Hätte ich ja eigentlich mal machen können, Halloween Special oder so. Haben viele Leute auf YouTube, inbegriffen Außenseiter, haben irgendwie so ein Zombie-Video gemacht. Ich fand es ganz geil. Ach, ich will nicht vom Thema kommen. Ich glaube jetzt über das Spiel. Ja. Einfach so. Stirb, stirb. Einfach so. Ohne Grund. Doch, du sollst mein Gehör nicht aufhessen. Vielleicht passiert mir das irgendwann mal in meiner Reihe von Parts, die ich dir jetzt hochlade, dass mir irgendwann mal ein Zombie durchkommt. Dann seht ihr mal, wie das aussieht. Das ist immer ein lustiges Geräusch. Da geht es immer so. Dumm, 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 dumm. Hahaha. So Zombies ate your brains. Und dann hat man nur noch so einen Schrein. Das bist dann du, wie du irgendwie gegessen wirst. Und man hört dann so ein Essgeräusch, wie wenn die Pflanzen essen würden. So, in meinen zweiten hin, weil da kommt der vielleicht durch. Da hab ich keine Lust drauf. Och, bitte lass mich dieses Level schaffen in meinen letzten sieben Minuten. Bitte, bitte, bitte. Aber ich hab Durst. Wer von euch hat schon mal probiert, mit nem Headset etwas zu trinken, das ist sehr, sehr... So, Trink-Session beendet. Das war sehr anstrengend. Nein, war es nicht. Hab ich nur verarscht. Ich mach das immer so. Total easy. Zumal ich mein Headset meistens nicht auf dem Kopf hab, sondern nur um Hals gehängt und die Lautspreche dran, weil ich hab lieber mit meinem 5.1-System als mit meinen Kopfhörern, wenn ich zu Hause sitze. Es sei denn, ich will mal irgendwie leise Musik hören oder ich muss leise Musik hören. Wenn jemand arbeitet oder so. Nicht, dass ich jetzt arbeiten würde selber oder so. Nein, jetzt, wenn jemand anders arbeitet. Ja. 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 Ja, so sieht das ungefähr aus, wie die zwei Typen zusammenschießen, wenn man so ein 200er Teil hat, gekauft hat und dann gebaut hat. Ähm. So wie da oben gerade. Die kriegen dann halt im Prinzip doppelt Schaden. Später kann man sich dann auch noch so den kaufen. Das ist dann so ein Teil, das schießt vier auf einmal. Finde ich ganz interessant. Komm, Happy-Pflanze. Ich nenne dir jetzt Schnappi. Hat ja auch irgendwie Sinn. Ey, Mann. Ich werde das wohl doch schaffen, hier in fünf Minuten jetzt das Level wegzukriegen. Hier, los. Mann. Wehe, Mikrofon. Wehe, du funktionierst nicht. Dann schmeiß ich dich in den Müll. So, ich bring drüber und hab mir gegessen. Wie schade. Oh, mein Schnappi. Ja. Äh. Ach so, was ich im ersten Part erzählt hab, von wegen den Young Americans, diesen Amerikanern, die bei uns am Wochenende waren und wo meine Schwester auch so ein Workshop mitgemacht hat. Äh, der Auftritt war ziemlich cool. Könnt ihr mal YouTube'n und mal gucken, äh, wie ihr das findet. Allerdings ist das live noch mal ne ganze Ecke anders, äh, also besser. Anders, als wenn man das jetzt nur auf YouTube sieht mit irgendwelchen billigen PC-Lautsprechern, die dann rechts und links neben euren Computerbildschirm stehen. oder wo auch immer. Ich weiß ja nicht, wo ihr eure, äh, Nein! Nein! Das darf nicht wahr sein. Oh, Schnappi. Pack zu. Der Typ da unten kommt durch. Ah, aber ich hab ja noch den coolen Rasen leer. Noch vier Minuten. Ach, ich glaub, das schaff ich mit dem Level noch. Ich hab keine Ahnung, wie lang dieses Projekt wird und ob ich das bis zu Ende durchziehe. Ich hoffe es, dass ich schaffe. Ich tippe mal auf um die 60 Parts, weil das Spiel ist echt lang, weil das die Level, die einzeln, die sind echt ewig. Ich brauch ja teilweise fünf bis zehn Minuten, je nachdem wie groß, ähm, für ein Level. Und, das ist dann halt sehr langwierig, was man es dann irgendwann geschafft hat. Stürbt alle. So, ich war mal wieder eine halbe Stunde weg, wie eigentlich fast jeden Part. Hab jetzt noch drei Minuten oder so. Ich mach das jetzt noch eben zu Ende. Und danach, weiß nicht, drehe ich ein Video oder so. Mal gucken. Weil der Tag ist ja noch lang und ich hab wie immer lang, alle Weile. Zweimal lang in einem Satz. Wie schafft man das nur? So, kurz zeitig gedacht. Äh, oder so ähnlich. Ja, ja, ja. Ich hoffe, der M-Games und sich zu laut gerade. Ich hab' ich bisschen lauter gerade gedreht. Weil ich war gerade wieder ein bisschen YouTube'n. Hab' ein paar Videos reingezogen, was ein bisschen neu gibt. So, mal glotzen. Aber ich glaub', ich bin gleich hier fertig mit dem Ding. Ja, hatte ich ja erzählt, dass ich das noch schaffe. Ähm, zum Glück guck ich immer auf die Uhr vorher, deswegen, also mittlerweile, deswegen kann ich ungefähr sagen, wie lange ich noch Zeit hab und wie lang ich, wie lang ich gerade schon gemacht hab oder so. Oder wenn ich eine Pause mache, das ist auch drauf. Aber ich mach' ich alle tot, einfach so. Ha, ha, ha. Mann, da kommt ihr hier hin und macht's Bogen. Einfach so. Das ist gemein, ne? Es gibt gemeine Dinge in der Welt. Das ist einfach so. Ja, ja. Ey, ich will das jetzt wieder haben. Mann. Friss. Mal gucken. Ey, vielleicht kann ich euch jetzt mal zeigen, wie das aussieht, wenn ein Zombie in so einer Blume steckt. Und der andere, das Ding auffrisst. Ja, der frisst jetzt gerade eine. Guck, der hat jetzt gerade sein eigenes Zombie mit der Pflanze aufgefressen. Die sind ganz schön kannibalisch. Ey, komm. Ach, jetzt geht's. Jetzt war's der erste Teil. Jetzt geht's in die Nacht. Jetzt sind wir nachts. Hallo, wir sind um zu lunch und eine Wall-Out-Attack auf dein Haus. Geteichnet, die Zombies. Das heißt, ungefähr, wir hätten gern ein, äh, ähm, ja, wir würden gerne, äh, essen, äh, ein Alles-Raus-Attacke aus, Haus-Musik. Naja, oder so ähnlich. So, das war's jetzt wieder schon von mir. Das war mein dritter Part. und jetzt mach ich einen kleinen Stopp und ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao. bis zum nächsten Mal. wir sehen uns auch ein bisschen. Wir sehen uns auch. vor allem. Wir sehen uns auch.